Oh, die Mittenhack ist nicht in der... Was ist das denn Scheiß? Das war unsere Time. Kasper, Kasper aber ist schon gekommen. Ja. Die kommen auch noch irgendwann auf den Trichter. Das Gespenck. Sepp. Ich sage, die kommen auch noch irgendwann auf den Trichter. Ja. Auf jeden Fall, da geht es mir aber nicht mal wurscht. Weil ich weiß, war man ja diese Woche da gewesen. Alter, ich hätte so schlafen können. Die erste Zeit immer nur, weißt du, das musst du gesund essen, das musst du gesund essen, das musst du gesund essen. Ich so, Alter, was macht denn ihr da drüben? Verdingte Bayern, also Fleisch, hallo. Ja. Ja. Knödel alle. Was er so gesagt hat, bei denen gibt es kein Eisbein. Was? Was ein Eisbein? Nicht? Was sagen? Du kennst kein Eisbein? Ja. Wenn das Eisbein das ist, was wir denken, dann... Dann tut es mich. Dann tut es mich. Bei uns ist Eisbein so das Knie gegen den Fuß an. Das kann ich Eisbein. Das ist nicht so gut. Das kennen die im Westen nicht. Nein. Was ist denn das? Das ist Schweinebein, oder? Ja, genau. Ich bin jetzt falsch. Ihr könnt ihn nicht eigentlich mal sagen. Schweineoberschenkel ist das. Mit Sauerkraut und Flöße. Alter. Los, schnell. Ist schnell gemacht. nicht das hier, wo ich denke, ich bin jetzt nicht. Dann du meinen König beobachtst hab ich nicht. ed. Meine Wahl hat uns im Monat auch eine Bordsache. Und da gibt's. Ich mach's mit mir. Schweine, sie sind Schweinehack. Das sind die Kühe wieder. Alter. Wann soll ich da sein? Was ist denn da? Was? Wo sind die? Wohin dahin? Wie war's da rein? Da ist er noch. ja ich habe doch die ganze Zeit markiert ja hier sind irgendwo Sets Achtung was du sollst Kavera hab ich na die Packung ist im Ding drin ich hab den Deklitzschrank sag mal klar da ist noch Eno ja ne noch Eno ah das ist noch Eno ja ganz schnell passiert den Eno hatte ich selber aber doch auch noch Eno doch ist weg durchsauber im Ding walkyrie versucht da muss nach rechts gegangen sind ja da die walkyrie wort ist da ist da in dem Raum in dem Raum links da zu der Tür die Tür da und ne ne nicht da rechts unten echt hin was aus da gerade hin da ja links jetzt da ist er doch da der Magazin ich bin mit den kleinen Abstellraum da da Tchille jetzt doch rechts vor seinem Zimmer ich will das nicht ja fahrs mal durch ich mach hoch geh weg Moment ich fahr mit den Thron vor Aufschlaps Moment Samantha kann ich aufschlachen wie die Cavera da liegt wie die Cavera da liegt wo war jemand der geh mit runter zu der Auansep mhm die walkyrie war noch oben irgendwo ach komm der treff mich wieder und ich ihn nicht rechts da war er den hat den hat Schuhchen schon ah ok einer im Raum da unten da unten da unten der liegt der liegt da hinterm Schild unten aim die Tür ab 2 du musst du musst jawohl weiter außen links in dir ah scheiße schade das hat immer die Sache war lädt sie nach oder lädt sie nicht nach ja deswegen ja schade äh 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 pst der Leon hat heute Geburtstag den haben wir jetzt den haben wir heute früh also heute äh 0 Uhr voll verschwitzt aber das war im Stück voll im Match drin die Raum verbarrikadieren 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 der ist schon besoffen die Tür ist blockiert ich meinst der ist grad zu der Kühe gell er hängt grad am Euter oh hat jemand chill dabei nein aber wir sind oh ah shit man die Tür ist gesichert stelle willkommen warte auf Leon 10 Sekunden komm mal weg Leon Alter er redet nicht machbar er redet nicht machbar ich krieg grad Hilfe aber schweiß das gerät ist in Position ich platziere einen AVS mega Willkommensmangelhaus machen wir zu Alter warte ich will dort raus oder planzierungsmangel ist bereit noch ich geb dir hier bloß mit dem Strom das Gerät ist vorbereitet kanns zu machen tschüssi ah hier hinten kommen sie der lebt noch mal hilfe das bei mir ich muss nachladen hilfe schockdrohne montag ist das noch einer kommt noch einer ohne schockdrohne er wollte ihn hat leon da kommt doch noch ein bisschen kameras wenn jemand kommt ne ich gucke kameras brauchst du nicht passi ok mein sohn ich sehe momentan nichts jetzt wir spruchten nur noch ein gegner hat eingefangen wobei kann man sein ob er hat 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 er der da wäre die zwei idioten die zwei idioten und ich ich wollte auch mal ins fernseh kommt das sollte auch mal bei der folge der amtliche erwähnt werden andere hat sein letztes umschul geschafft aber mit der liebungen ganze wegheit 3er den bio gefahrgut behälter lokalisieren oben auch schief nach dem archiv ich gucke auf die kamer sind die wo es da schiefen und und büro und von über die schließfälle auf auf das hat sich auch gerade auf die wahl der geräte ja 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 machen die denn hier schon wieder sind die dahinten draußen du wurdest entdeckt halt bei mir auch schwarzes auge irgendwo oder wieder ein cheater aber hier oben ist irgendwo einer hab ich alter 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 ich spreng mich mal schnell ins ins büro und füße jeden fall schock war zerstört so war jemand muss das in habe ich wo ich mal kür ich sehe mir alles daneben hilfe ich kann nur links sein jetzt hätte ich dich fast abgeknallt jungen 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 wurde es entdeckt hat warum ach du irgendwann mal irgendwo schwarze was machst du von der andere seite hat jemand noch getrun weil dann gucke ich das im raum hin in der ecke schuldigung ich habe mich die sich denn hin woher gewollt geht es an alle dort habe ich vorrissen jungen aber er hat auch noch nicht wollen die zu mir geschießen hat photon Bäh, ja Alter, ich geb er überhaupt nicht aigueicide Ich mach mal drauf, ohne Tür und once ein Fenster den raum sichern wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen ja 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 ist ja gut ich bin damit ich ruhig wie zu hause die wand wurde verstärkt gerät wurde platziert das gerät ist vorbereitet die drohne der gegner hat den bio gefahrgut behälter gefunden wieso fällt jetzt erst das bild von der wand wenn ihr da schon zwei wände verstärkt hat das bild ist hier drin alle bei mir liegt es im gang die müssen von vorn an die fenster kommt ja hier hinten sind sie schon drin schnell weg an lernen bist du draußen ja die sind da war schon inner war unten im treppenhaus da hängt immer noch einer draußen irgendwo scheiße achtung klasse war ich gehe mal mit ich versuche mal auf jeden fall ich habe einen wollte bloß die wand aufsprengen und habe damit ihn weggebombt alter jetzt werdet ihr hier draußen mit worten habe ich mir ein c4 handy geholt alter fall doch um der ist da hinten hat nicht mehr viel das rechte fangst du nicht im blick oder klar ist das das ist doch das oder ne die gegner sichern den behälter da ist drin nur noch der kleinst der ist drin warum macht ihr hier zu geht doch mal rein da ja vielleicht nicht mehr wenn er mich aufknall sagt ob du auf die denn alter nee ey alter ne 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 Prozent die Eurofahre und älter lokalisieren so ein Stau wie es nicht waren mit die auch immer als vorliegen Da steckt er an, wenn er rum. Ich geh wieder futzen. Ich geh wieder futzen. Wer ist Puls? Ach, ich bin selbst. Oh ja. Nein, hier ist einer. Oh, die Gavera war oben. Fuck ey. Wieder hin am Regal, wie der letzte war da vorhin. Lass stehen Pasi. Ah ok, durch mein Schild. Mann, was mach ich denn für ne Scheiße älter ey. Von oben. Hm. Ja, ist klar, alter. Schrottflinder, alter. Jetzt können Sie sich nicht verhört mich. Nur noch einer vom eigenen. Das ist so sicherlich, alter doch. Alter, ohne Eliminier. Alter. Alter. Alle mit dieser verfickten Schrottflinder. Also das andere muss drauf haben. Deswegen. Dreckige Wuren für ihn alle. Schreib doch. Schreib doch. Schreib doch. Das ist gar nicht. Es hat noch einen Schild. Ja. Ich bin schon auf der Dijkdys. Ich bin schon auf der Dijkdys. Ich bin schon auf der Dijkdys. fahrgut behälter gefunden immer ich bin sie nicht anschreiben deswegen werden sie dich anschreiben Fünf Sekunden. AVS ist platziert und einsatzbereit. Beschützt den Neo-Gefahrgutbehälter in jeden Preis. Hat eine innere Wand? Ah, Leon. Ah, Leon macht das. Okay, die kommen über den Hintereingang. Oben an dem Fenster, wo ich immer reingehe. Ziel ist in Sicht. Erdgeschoss. Klaas kommt hier vorne. Entschuldigung, reißt du? Nein. Erdgeschoss. Ach Gott, komm. Das ist doch so f***e Scheiße, Mann. Gibt es denn 20 Kugeln ins Bein? Da stirbt nichts. Okay. Das ist nur Renner. Wo wäre es denn oben? Ach so, das ist die beiden gern beschrieben. Warte so, hey, lass mich helfen. Karma, du Bitch. Komm doch rein jetzt hier. Der scheiß Klaas ist hier hinten. Komm, der ist hier. Ich hör ihn doch. Ja, na gut, das stört mich erst mal nicht so. Klaas hat man noch wenig. Ui. Nee, der Fuse. Baut nach vorne. Von oben. Komm rein jetzt hier. Loll! Hä? Hat das jeder gesehen? Nee. Der kam einfach an mir vorbeigelaufen. Loll. Fährt er mit der Drohne rum. Leute, ist der doof. Der andere, der andere genauso. Aber der hat hier in die Richtung geguckt. Ah shit. Der Fuse ist erst mal ne halb voll. Jawoll. Alter, Sepp den anderen hätte sie genauso sehen müssen. Der hat in die andere Richtung geguckt. Ich hab den doch gesehen. Ich denk den. Warum schießt er sich nicht an, alter? Keil. Zwei mal hintereinander. Alter Föde ey. Geil. Niemal Seon. Deswegen habe ich den Scheiß bei mir ausgestellt. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Wir müssen den Raum sichern. Die Tür ist gesichert. Vom Boots sind ja alle, also es sind am meisten gekommen. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Stacheln wird eingesetzt. Die Wand ist befestigt. Stacheln ist ausgelegt. Warum machen wir das? Hä? Nur noch fünf Sekunden. Das Gerät ist am Platz. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Gerät wurde aktiviert. Ich platziere eine AVS. Geil. Das Gerät ist in Ordnung. Ich habe die Feindim Visieren. Das Gerät ist in Position. Keine Sorge mehr wegen der Karate. Die kommen hier hinten wieder bei mir. Ja, schon wieder an Montage. Das Gerät wird das Gerät. Da kann ich mit der Anschluss gehen. Die inspelinen. Lein, die öffnen. Geil. Das Gerät wird das Gerät werden. Verwendet das Gerät wird. Lein, die öffnen. Lein, den wir sind nicht gut. Lein, das Gerät wird das Gerät und das Gerät wird gespielt. bei leon kommt mindestens zwei also zwei schilder blitz und montage leon du musst weg leon weg da hilf mal innerleon hilf doch mal innerleon ja gut klatsch ist haupt ding ich komm so ich hab schon hauptding gemacht oh scheiße sepp der ist links der ist hinten links um der ecke gegangen der hat nicht mehr viel da kommt er ja das position ist aktuell am fenster ich platziere um mann m er schießt er erster versuchte nicht links noch scheiße das gesparte marken von die führung Nein! Wenn man alleine am Schell zeigt, ist gut. da bist du manchmal so schnell, da bist du manchmal schneller mit R3 drücken als zielen ich musste da weg gehen weil der Blackbird auf mich geschossen hat war Blackbird und der Blitz kam da auf einmal um der Ecke dann habe ich gekriegt ich habe ein paar Oberhof gemacht unten, oder? ja, das ist wieder ein Ding ich wollte es aber gerade sein oder nicht sehen wir mal alle mit Schild reingehen müssen fuck ey gar nicht 5 Sekunden man packst doch Computer durch nirgends mehr fahrgut behält das unbekannt erlaubnis zum angriff wenn du zu drohne weg oh Woll wer macht der weg er ist das er ist das und er ist das nicht Achso, ne der hat es von oben runter geschmissen und ich habe Schadenfeuer gekriegt aber der hat mir das C4 an den Kopf geschmissen deswegen. Über dir passi. Ajo, ich schieße in die Schlesse, Alter. Die Luke ist offen, der verfickte Puls steht da oben. Ja, ich habe ihn gekriegt. Hast du schon? Ja. Ich gehe lieber von einer Richtung, ich habe nicht viel mehr. Geh mit Leon mit. Mann, ey, dieser verfickten Schlüsse, Mann, Alter, kotzen die mich an. Was wolltest du? Ja, im Raum, Alter, da gehst du weiter, wirst du trifft ein Van, aber trifft doch mein Schädel, ey. Das kotzt mich an. Der ist weg, quasi. Oh, von oben runter, ey, noch. Ich habe es in Sicht. Oh mein Gott, die Luke ist, die Luke ist offen, die Tür ist offen. Irgendwo muss ich ja hingucken. Wie war das mit dem Gold? Das ist wie es wix. Was kriege ich jetzt an sich? Jetzt bleib ich jetzt an sich.